Aber wir machen ja ehrlichen Journalismus. Hoffentlich nicht. Nein, das möchten wir nicht. Ansonsten halt auch ich und meine Dolph Persönlichkeit. Ja, also der Jackie? Genau. Den haben wir noch? Ja, es gibt eine total krankige Idee und die wird gerade ausgearbeitet. Ah, sehr gut. Ich hab schon das ein oder andere tiefgründige Tattoo. Zum Beispiel den Unendlichkeitspenis. Halt Weihnachten echt Gefährle. Wir suchen sogar cool. Zwei.